Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale hier Brücke Nummer 11 oder ja es gibt eh 12 wenn wir alles schaffen ja wir haben noch eine Brücke die uns jetzt hier wartet in diesem Teil ich bin gespannt unsere Aufgabe verstärke und übertrache die Brücke mindestens zwei Einheiten des Konvois müssen weiterkommen und wenn wir vier retten dann sind wir besonders gut oh jemini die Brücke sieht nicht besonders schön aus das heißt wir machen probieren es erstmal mit einer einfachen Überdachung so einmal zweimal dreimal und jetzt müssen wir das ganze natürlich noch nach unten auch ein bisschen in der Festigkeit absichern das heißt wir gehen auf hier hier dann geradeaus rüber jeweils immer die Mitte anfixieren ungefähr so haben wir hier eine durchhängende Brücke und jetzt können wir das ganze hier über Festigkeit ein bisschen absichern einmal und schauen uns das ganze an oben kommen die Einschläge und da hinten wird es rot und es hält nicht also müssen wir den ganzen Teil hier noch ein bisschen verstärken das heißt wir bauen das ganze jetzt auf wie so eine Art Dach über Dach gehen hier nach oben jeweils und sagen einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal wir bauen jeweils ein Dach das sollte allerdings noch nicht ganz so stabil sein wir schauen uns das an es könnte sein dass wir noch mal ein bisschen die Brücke verstärken müssen die Einschläge gehen doch sehr sehr stark unten zu lassen und jetzt kommen hier die schweren Transporte und da bricht wir uns das ganze dann durch das heißt wir machen das gleiche was wir unten gemacht haben machen wir jetzt auch für oben das heißt wir machen hier auch wieder so eine Mittenkonstruktion einmal, zweimal, dreimal jetzt wieder die Verstrebung wir haben hier noch ein bisschen Kohle einmal, zweimal, dreimal einmal, zweimal und schauen wir uns das ganze an also die Schläge kommen oben unten wird es jetzt schon weniger orange und es sieht alles sehr gut aus jetzt kommen die schweren Transporte und das ganze wird zwar belastet aber rot jetzt sollte es sich wieder ein bisschen entspannen und ja, wir haben das ganze geschafft perfekt, alle vier sind durchgekommen ja, das war die Runde und jetzt sind wir gespannt, was jetzt kommt Zwischensegment kommt keine nein, wir müssen den Endgegner noch machen ok, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen morgen wird es dann sehr sehr spannend mit dem Legend Level oder mit der Legend Brücke hier in dieser Runde ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde bis dann